Hallo liebe Frauen aus Deutschland. Ich bin hier in Glastonbury Tor und wir machen hier ein weibliches Treffen. Und ich wollte euch alle einladen, nach Ägypten mit uns zu gehen. Wir werden im November dorthin verreisen, um dort verschiedene wunderschöne Rituale für Frauen zu erleben. Wir werden dort irgendwie zusammenkommen und unsere Natur spüren. Unser Herz öffnen und unsere Zukunft uns wünschen. Ich wünsche sehr von Herz, dass wir bald zusammen hingehen. Namaste